Hallo, wir sind Cedra und Esmeralda von der Dokustelle Österreich. Dabei handelt es sich um eine Dokumentations- und Beratungsstelle für Personen, die Islamfeindlichkeit und antimuslimischen Rassismus erfahren. In diesem Video wollen wir euch kurz erklären, was unter Orientalismus und antimuslimischen Rassismus verstanden wird, wie diese beiden Begriffe zusammenhängen und welche realen Auswirkungen dies auf das Bildungssystem hat. Zunächst ist Orientalismus ein Begriff, der 1978 durch Edward Said bekannt wurde. Said vertrat die Ansicht, dass EuropäerInnen und AmerikanerInnen vor allem über Literatur und später auch in den Medien ein Bild des Orients konstruiert haben, das asiatische und arabische Länder umfasst. Dieses Bild über den Orient reduziert sich auf jene Projektionen, die in der Vorstellung des weißen Mannes entstanden sind. Hier werden männlich gelesene Personen aus dem Orient als gewalttätig, barbarisch und rückständig angesehen und weiblich gelesene Personen hingegen erscheinen als sinnlich, exotisch und unterwürfig. Diese Zuschreibung des Andersseins bezeichnet Said als Othering. Ein weit verbreitetes, popkulturelles Beispiel zum orientalistischen Othering stellt der Film Aladdin dar. Hier zeigen sich eindeutig die westlichen Fantasien über den Orient. Sowohl im animierten Original aus dem Jahr 1992 als auch in der realen Nachverfilmung von 2019 sind die Darstellungen von AraberInnen durch und durch rassistisch. Sie reichen von der extremen Armut bis hin zur Vorstellung eines blutrünstigen arabischen Mannes und der unterwürfigen, aber verführerischen arabischen Frau, womit rassistische Stereotype bedient werden. In diesen konstruierten Bildern des Orients spiegelt sich ebenfalls das Selbstbild der westlichen Welt wieder, indem sie sich als überlegen und rational gegenüber allen anderen ansehen. Auf diese Weise entsteht eine Geschichtsschreibung, in der der Westen dem Rest der Welt Zivilisation und Fortschritt gebracht hat und dadurch den unterentwickelten Regionen der Welt Rettung verschaffte. Nach Said berauben diese Bilder jedoch den Menschen im Orient ihrer Menschlichkeit. Dabei argumentierte er, dass diese Projektionen wie eine Schleife funktionieren. Westliche Länder dringen in östliche Regionen ein, um diese zu erobern, unter anderem, weil sie dort verortete Bevölkerung als barbarisch angesehen wird. Ist diese Eroberung geglückt, soll die Bevölkerung nach dem eigenen Bild zivilisiert werden, wozu sie aus der Perspektive des Westens auch ihre Hilfe benötigen. Diese überspitzte formulierte Schleife ist Teil der Logik des Kolonialismus. Aber auch noch heute beherrscht dieses konstruierte Bild des Orients die Weise, wie die Welt über den Nahen Osten und die muslimische Welt denkt, was sich einschneidend auf das Leben von arabisch oder muslimisch gelesenen Personen auswirkt. Betrachtet Mensch die gegenwärtigen globalen Phänomene, so hat Edward Said's Erklärung zur Verflechtung von Medien und Kolonialismus auch nach 45 Jahren nicht an Aktualität verloren. In der gegenwärtigen Politik, in den militärischen Praktiken, aber auch in Kunst, in der Popkultur sowie im Wissenschaftsbetrieb halten sich orientalistische Ideen aufrecht. Dies spiegelt sich unter anderem im antimuslimischen Rassismus wider. Darunter wird die Diskriminierung und Ausgrenzung von Musliminnen und aber auch muslimisch gelesene Personen gefasst. Diese Form von Rassismus betrifft nicht nur direkt Musliminnen, sondern auch Menschen, die aufgrund des Aussehens, des Namens, die Sprache, der Herkunft oder der Lebensweise dem Islam zugeordnet werden. Wir sprechen bei der Dokustelle von antimuslimischem Rassismus anstelle von Islamophobie, um auf die rassistische Diskriminierung hinzuweisen, die zudem eine zusätzliche strukturelle und institutionelle Benachteiligung der Betroffenen, wie zum Beispiel Bildungs-, Wohnungs- und Arbeitsmarkt, mit sich bringt. Es gibt genug Studien, die die strukturelle Benachteiligung der Musliminnen und muslimisch gelesenen Personen aufzeigen. Es gab zum Beispiel vor kurzem eine Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde. Sie zeigt deutlich, dass Personen aufgrund ihres vermeintlich muslimisch liegenden Namen oder aufgrund des Tragens eines Kopftuchs schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben, unabhängig von ihren Qualifikationen und Leistungen. Es wurden identische Lebensläufe mit gleichen Qualifikationen und einem Foto von derselben Person ausgesendet, nur mit dem Unterschied im Namen. Sandra Bauer wurde 18,8% der Fälle eingeladen. Hingegen wurde Miriam Öztürk nur 13,5% zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Und als Miriam jedoch mit Kopftuch abgebildet war, war der Versuch nur 4,2% erfolgreich. Das heißt, Miriam, die in dem Fall eine sichtbare Muslime ist, muss sich vier bis fünf Mal häufiger bewerben als Sandra Bauer, um überhaupt eine Chance für ein Bewerbungsgespräch zu erhalten. Oftmals wird das Wort Muslimin mit anderen Begriffen wie Araberin oder Migrantin oder Ausländerin gleichgesetzt. Dies führt dazu, dass die religiöse Zugehörigkeit mit bestimmten Nationalitäten und Regionen verknüpft wird. Es wird oft angenommen und pauschalisiert, dass Musliminnen eine homogene Gruppe seien. Und oft werden sie als rückständig, unemanzipiert, frauenverachtend stigmatisiert. Gemeinsamkeiten und positive Bilder existieren nicht. Und wenn, dann werden sie als Einzelfälle betrachtet. Dabei wird übersehen, bewusst oder vielleicht auch unbewusst, dass es weltweit über zwei Milliarden Musliminnen gibt, die vielfältigen Hintergründe und Lebensrealitäten aufweisen. Eine weitere problematische Praxis im Zusammenhang mit antimuslimischem Rassismus ist das sogenannte Racial Profiling. Musliminnen und muslimisch gelesene Personen werden von der Polizei überdurchschnittlich oft kontrolliert und überprüft. Allein, weil sie für muslimisch gehalten werden oder äußerlich religiöse Merkmale wie ein Kopftuch oder einen schwarzen Vollbart tragen. Die Rassifizierung von Musliminnen wird durch die Art und Weise, wie die Medien sie darstellen, noch mehr verstärkt. Dass die negative Stereotypisierung reale Auswirkungen auf die Lebensrealitäten von muslimischen oder muslimisch gelesenen Personen hat, zeigt sich immer wieder in der Öffentlichkeit eben durch die Medien. Ein Beispiel hierzu sind rassistische Slogans in politischen Werbekampagnen, aber auch aktuelle Berichterstattungen verweisen darauf, welche realen Ausmaße antimuslimischer Rassismus vor allem im Bildungsbereich annehmen kann. So wurde in diesem Jahr ein betender Studierender an einer deutschen Universität körperlich angegriffen. Oder erst kürzlich sprach Frankreich ein Verbot über das Tragen von Abayas an Schulen aus, obwohl es sich hierbei um nichts anderes als ein langes, weites Kleid handelt und nicht wie angenommen um eine religiöse Robe. Aber auch Österreich machte auf sich wieder mal negativ aufmerksam, als im heurigen Frühjahr eine Studie zum islamischen Religionsunterricht veröffentlicht wurde. Sowohl das Forschungsdesign als auch der Forschungsprozess wiesen viele Problematiken auf. So wurden die SchülerInnen aus dem Regelunterricht herausgenommen und zum Ausfüllen des Fragebogens gedrängt. Außerdem wurden Fragen tendenziell formuliert, die auf eine negative Vorannahme der Forschenden über den Islam hindeuten. Diese Beispiele sollen verdeutlichen, dass im Bildungskontext muslimische SchülerInnen und Studierende aufgrund ihrer Religionsbekenntnis strukturelle Diskriminierung erfahren, sowie verbalen und physischen Angriffen ausgesetzt sind. Bei den gezeigten Vorfällen und Maßnahmen handelt es sich nicht um eine Kritik an einem vermeintlich zunehmenden politischen Islam, wie oft zur Verteidigung herangezogen wird. Sondern sie basieren auf einem negativen, stereotypisierten und rassistischen Bild über den Islam, welches seit Jahrhunderten unter anderem über die Medien reproduziert wird, wie durch das Konzept von Orientalismus verdeutlicht wurde. Rassismus ist eine klare Form von Gewalt. Jetzt stellen wir uns vor, welche Auswirkungen dies hat, wenn täglich mehrmals Gewalterfahrungen erlebt werden. Wie bereits erwähnt, ist Rassismus auch strukturell bedingt und da stellt sich überhaupt die Frage, welche Personen, die von antimuslimischem Rassismus oder auch anderen Formen von Rassismus betroffen sind, überhaupt Zugang zu und Chance für höhere Bildung haben. Rassismus führt auf die individuelle Ebene zu einem andauernden Stresszustand, der auch traumatisch werden kann. Dieser Stress und der psychische Druck, den wir als Studierende tagtäglich erleben, erschweren unseren Studienalltag. Die Hochschule ist für MuslimInnen und BIPOC-Personen kein safer Space, wie es eigentlich sein sollte. Allein die ständige Stigmatisierung durch das weiße Hochschulpersonal und weiße Mitstudierende, die uns in vorgefertigten Stereotypen stecken, ist eine erhebliche psychische Belastung, die oft übersehen wird. Wenn ständig die Realität und Wahrnehmung von marginalisierten Personen abgesprochen und in Fragen gestellt werden, fangen die Betroffenen an, an sich selbst zu zweifeln. Bei Kritikäußerungen, wenn rassistische Aussagen reportisiert werden, fühlen wir uns oft alleine, da es leider auch kaum Zivilgarage gibt. Die Machtverhältnisse zwischen Lehrenden und Studierenden machen es natürlich nicht einfacher, Rassismus anzusprechen, ohne Angst vor schwerwiegenden Konsequenzen zu haben. Je mehr Diskriminierungsformen einer Person, wie beispielsweise eine muslimische Frau, die PIPOC ist, die auch aber Personen vielleicht, die mit Fluchterfahrungen noch gleichzeitig erlebt haben, desto ausgeprägter ist der Rassismus und desto stärker wird die Einschränkung und die Benachteiligung dieser Person. Daher ein Appell an alle Musliminnen und muslimisch gelesenen Studierenden, die Rassismus erleben, hört auf euer Bauchgefühl und zweifelt euch selbst nicht an. Wenn ihr Gesprächsbedarf habt oder Unterstützung im Umgang mit Rassismus benötigt, zögert nicht, euch an die Dokustelle zu wenden. Die Dokustelle bietet kostenlose psychosoziale und juristische Beratung in verschiedenen Sprachen. Es gibt auch andere Institutionen, die ebenfalls unterstützende Angebote bereithalten. Ich finde diese hier eingeblendet und unten aufgelistet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Sendung des ZDF für funk, 2017 oder um Kontrollen zu einem neuen Rassismus zu verhindern. Daher ein paar Texten von keepish success des ZDF für funk, 2017 und zweifelte Zeit, die auch viele Wissenschaftleriyder und drangemönyen sind, Die Zeitung des ZDF für funk, 2017 Die Zeitung des ZDF für funk, 2017